Hallo Leute, es geht weiter mit American MacG's Alice im Königinland im rätselhaften Wahnsinns-Level. Und ich stehe hier wieder vorm Portal. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich laufe da hin. Da hinten sind wieder ein paar blöde Gegner. Kommt der jetzt nach vorne oder nicht? Ist mir egal. Ich habe das Portal gefunden. Ich hätte einfach oben bleiben sollen. Das war der Weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt, habe ich denn diesen Spiegel hier jetzt noch irgendwo drin, den ich gefunden hatte. Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Habe ich den? Irgendwie nicht. Das ist ja, wo ist denn der jetzt hin? Kann ich da nicht mal in die, genau, wieder in die Einstellungen, Steuerung. Wird der mir dann nicht hier angezeigt? Schlegel, Würfel, Hasenbombe, Muskete, Ohr, Würfel, Schlegel, Karten, Messer, Eiswand, Knochen. Ähm, irgendwie ist das auch gar nicht dabei, ne? Dieser, dieser merkwürdige Spiegel. Ich hatte aber damals eigentlich immer zwischengespeichert. Also von daher, heck, ist jetzt egal. Ich gehe da auf jeden Fall jetzt durch. Weil ich möchte auch weiterkommen ins nächste Level. Ich hoffe, ich habe den jetzt aber trotzdem noch, auch wenn er mir da jetzt nicht angezeigt wurde. Aber der wird ja auch in der Steuerung nicht angezeigt. Oder ist das so ein Spiegel, der nur zu benutzen ist, wenn man ihn gerade in dem Moment findet oder sowas? Naja, wie dem auch sei, wir kommen ins nächste Level namens Unterwasser. Klingt nach Schwimmen, klingt nach Atmen, Atemnot und naja. Die Schildkröte bewiesen. Es hat Vorteile, Reptil zu sein. Ah ja, ist das so? Okay, zurück kann ich nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ih, fliegende Fische. Das finde ich ja doof. Kommt der nochmal? Kann ich ihn töten? Was mache ich jetzt? Kann ich hier runter? Ja. Okay, ich kann runter. Schwimmen mal, schwimmen, schwimmen. Da kannst du nicht lang. Da kannst du auch nicht lang. Was mache ich jetzt? Einfach mal raus. So ein bisschen mehr Energie als vorher habe ich jetzt schon. Was ist das für eine Kugel? Was kann ich mit der machen? Hier ist doch aber nichts. Das Wasser sieht extrem eklig aus. Also, ähm, eigentlich nicht so wirklich schwimmenangenehm so. Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich? Ach, so, da kann ich lang. Okay. Dann gehen wir da doch lang. Mhm. Da sind bestimmt Fischis wieder, oder? Ja. Komm her. Ja, nun treff ihn doch mal. Treff ihn doch mal. Hier kannst du hoch. Was ist hier? Mhm. Da ist noch mehr Energie. Ich weiß nicht, wozu die gut ist. Da oben soll ich doch bestimmt hin, oder? Wie komme ich da denn hin? Kann ich hier irgendwo klettern, oder? Hm. Da. Okay. Äh, entweder hoch oder runter, Alice. Aber so sehe ich sonst gar nichts. Okay, runter. Soll mir recht sein. Aber da hinten, die Ecke war, glaube ich, ganz gut. Hm. Was ist denn hier? Gar nichts irgendwie. Das ist voll eklig hier. Ich mag hier gar nicht schwimmen. Hm. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Das ist doch... Komisch. Nee, das... Finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Kann ich hier nicht irgendwo anders noch hin? Hier war nix. Da bin ich jetzt auch schon mehrere Mal eigentlich lang, aber... Aber hier komme ich auch nicht weiter, ne? Oder kann ich so eine Ecke hier hoch? Ach, guck mal. Hier kann ich doch hoch. Ja. Hier will ich lang. Das sieht so nach dem richtigen Weg aus. Nach einem Weg, wo ich noch nicht war. Zieh dich da mal hoch. Genau, jetzt bin ich da oben, wo ich hinwollte. Aha. Oh, oh. Ähm. Jetzt ist das Wasser hier irgendwie gestiegen. Hallo, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich mach euch fertig, ganz ehrlich. Ihr seid ja oben schlimmer als sonst wo. Scheiße, ist es gestorben. Scheiße. Ach, nö. Oh, da bleib ich die ganze Zeit mit dem Messer draufgehauen. Ja, ja. Äh. Blöd. Gelaufen. Wenigstens kenne ich den Weg. Besser als vorher. Ja, ihr seid alle scheiße. Scheiße. Ich bin auch nicht so gut gerade. Einfach übersehen. Ja, ist gar nicht peinlich. Es hat Vorteile, Reptil zu sein. Ja, es hat auch Vorteile eigentlich, ein menschliches Wesen zu sein. Ne? Okay, ich muss vorsichtiger sein. Ich seh das schon. So, komm her. Erstmal der eine. So, da kommen sie nämlich schon. Und zwei reichen erstmal. Alle auf einmal. So. Ach, da ist noch einer. Bevor du mich hier killst, schnapp ich mir lieber deine Energie. Runter mit dir, Alice. Und hoch wieder. So, ihr kommt. Das geht jetzt hier zack, zack. Wir haben keine Zeit. Am besten springst du auch einfach und nicht immer. Ja, aber sie hält sich immer automatisch fest. Ja, komm. Hoch mit dir. So. Speichern. Jetzt muss ich auf jeden Fall nicht mehr alles nochmal machen. Jetzt kommt der Fisch wieder. Habe es schon gesehen. Kann ich die jetzt tot machen erstmal? Hallo. Könnt ihr mal sterben? Weil das Risiko habe ich keine Lust immer einzugehen. Dass die dann mich noch nerven. Die Plattform ist doch jetzt unten. Jetzt habe ich hier mehr Wasser, wie es aussieht. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Das ist jetzt hier alles unter Wasser. Kann ich jetzt hier irgendwo rauf? Wo kommst du denn her? Wo vorher irgendwie... Was ist ja... Was hat das jetzt für einen Vorteil? Kann ich jetzt hier irgendwo lang, wo es vorher nicht ging oder so? Oder... Ich weiß nicht so richtig. Es ist ein bisschen rätselhaft hier. Wie es hier auch sein soll. Jetzt vielleicht wieder auf die andere Seite oder so. Oder hier durch den Gang. Der ist ja jetzt unter Wasser. Ah, guck mal. Die Klappe. Oder ist immer so scheiße, wenn die einen angreifen. Scheiße, jetzt sterbe ich gleich. Ich sehe es schon kommen. Ja, es war klar, ey. Immer, wenn die Fische einen so extrem angreifen und man die jetzt nicht mit einem Stich mal eben tötet, dann... Dann erstickt sie irgendwie immer viel schneller. Warum, weiß ich aber nicht. Ja, aber du stirbst auf jeden Fall jetzt. Also, ihr könnt alle sterben. So. So, wir schwimmen wieder dahin. Jetzt kenne ich auch wieder den Weg. Die Klappe ist nämlich offen. Schwimm, 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 schwimm. Ich möchte dieses Level bitte schnell hinter mir haben. Komm. Warum erstickt sie jetzt so schnell immer? Das ist voll übertrieben. Vorher tut sie das doch auch nicht. Aber die Klappe ist noch zu. Und das ist natürlich schlecht. Was kann man da tun? Muss ich jetzt doch wieder auf die andere Seite? Ich will, dass das hier sich öffnet. Anscheinend muss ich einen Hebel vielleicht irgendwo finden. Könnte das sein? Wo ich vielleicht vorher auch nicht rankam? Das könnte doch gut möglich sein. Aber ich habe auch nirgendwo einen gesehen, eigentlich. War ich hier schon? Das sieht so neu aus. Hä? Wo bin ich denn hier? Nee, hier war ich definitiv noch nicht. Hallo? Bitte nicht alle auf einmal. Oh, das nervt. Ein bisschen. Ich hole gerade Luft. Und irgendwie bleibt mir nichts anderes übrig, als gerade hier so ein bisschen rumzuschwimmen und mal zu gucken, was ich machen kann. Jetzt bin ich ja eigentlich wieder auf der anderen Seite. Bin ich hier richtig? Hm. Da konnte sie doch... Hm. Hier ist ja wieder die Klappe, ne? Ja. Kannst du dich... Ja. Dann lass los. Hm. Irgendwie muss ich die Klappen öffnen können. Ich habe aber jetzt schon sehr viele Fischis erledigt, deswegen speicher ich mal. Oder geht die Klappe auf, wenn jetzt hier schnell und so die... Ich ganz da, ne? Ihr wisst schon. Vereil dich mal. Vielleicht geht die ja von alleine auf. Oh, nee, ne? Nee, ne? Aber die ist trotzdem... Ja, okay. Hallo? Warum stirbt sie auf einmal? Warum? Ist doch gar nichts los auf einmal. Hey, die ganze Zeit schwimmt sie ganz normal. Ich habe auch immer Luftkohl zwischendurch. Voll übertrieben. Mann. Und da oben in den Kessel reinkommen, geht auch nicht, ne? Hm. Mendo. Nährfähig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich hier in die Lampe? Das bringt gar nix. Bringt nix. Bringt nix. Aber die Klappe geht auf jeden Fall immer so ein bisschen runter. Also, als ob sie nicht so ganz unten ist. Aber so schwer kann das doch jetzt nicht sein. Oder habe ich jetzt hier einfach nur noch keinen Ausgang entdeckt, den richtigen? Ich weiß es nicht. Hier kommen ja auf jeden Fall immer Fischis. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Sie erstickt hier immer auf einmal. Voll übertrieben. Auf einmal kriegt sie immer keine Luft mehr. Ja, raus mit dir. Ich kapiere es nicht. Hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Echt jetzt? Also, ich bin ein bisschen orientierungslos. Entweder es liegt auf der Hand und ich sehe es nur nicht oder so. Diese Leuchtdinger, die haben hoffentlich auch nix zu bedeuten. Oder ich habe irgendwas übersehen oder so. Ich weiß es halt nicht. Ist hier irgendwo ein Hebel oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Hebel komme, weil... Halt, Tomb Raider und so. Das erinnert mich halt immer so daran. Wenn man so unter Wasser was machen soll. Aber auch diese Kugel hier, das... Das ist auch komisch. Was hat es mit diesen Kugeln auf sich? Und vor allem ist ja da oben auch noch eine Plattform. Die müsste doch eigentlich runterkommen. Die muss runter, die Plattform. Okay, dann muss ich ja irgendwie oben hin. Also nicht unten mich orientieren gerade, sondern eher oben. Weil hier geht sie ja gar nicht rauf. An diesen Rohren kann ich mich aber auch nicht hochhangeln, oder? Nee. Okay. Die Plattform, die eine, müsste halt mal runter. Da hinten die. Komm ich da nicht irgendwo hin, rauf? Ist dafür das Wasser vielleicht auch erhöht worden? Ich, äh, ne? Ihr wisst, was ich mein. Kannst du da nicht hochklettern? Nö. Ja, ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen und den Weg suchen. Weil ich dümpel hier sonst den ganzen Part vor mich hin und weiß nicht, wo lang. Und ein bisschen vorankommen wollen wir ja auch. Deswegen, kurzer Schnitt, bis gleich. Ähm, ich war irgendwie doch richtig. So, ich hätte nur ein bisschen mehr hingucken müssen. Denn in der Klappe, die Klappe, das geht ja zwar nicht offen, aber, guck mal, da ist, sieht man nicht so, aber da sind Löcher drinne. Und da schwimme ich jetzt mal durch. Das habe ich jetzt, äh, nicht gemacht. Das machen wir gerade zusammen. Oh Gott, links, rechts. Schnell nach rechts einfach mal. Scheiße, da geht's nicht lang. Oh nein, da ist ja so ein Ventilator-Ding. Jetzt komme ich da aber vorbei. Ja, komme ich. Ja, dann gehen wir mal hier nach oben. Aber schnell, Alice. Schwimm. Okay. Kannst du hier raus? Joa. Das ist schon mal gut. Ach, und jetzt sind wir auf der anderen Seite mit der Klappe. Alles klar. Ne, das habe ich nicht gesehen. Kannst du dich mal hochziehen? Gut. Äh, ja. Das war das Gitter. Warum nicht gleich so? Und jetzt kann ich das hier auch runterlassen. Jetzt geht das Wasser wieder höher. Mhm. Ja, dann einmal speichern, würde ich sagen. Und runter. Oh, da sind wieder Fische. Und zwar gar nicht wenig. Nein, 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 nein. Gut, dass ich gespeichert habe. Ey, alter Schwede. Wie viele Fische greifen einen da bitte auf einmal an? Und man hat nichts weiter als sein doofes Messer. Voll übertrieben. Dann warte ich jetzt erstmal hier. Ja, hallo, ich sehe nichts. Hallo. Ja, es hat lange gedauert mit deinem Verrecken. Ich möchte deine Energie haben. Sie erstickt mich hier gleich wieder. Und was mache ich jetzt? Ich meine, äh, jetzt habe ich das geöffnet und so. Und nun? Äh, ich meine, ich habe jetzt mehr Wasser reingelassen. Aber, was bringt mir das jetzt? Zwischendurch Luft holen. Ähm. Ja. Es ist immer mehr jetzt unter Wasser. Hm. Aber die... Das geht jetzt nicht... Nee. Das ist ja schon alles unten. Schwimme ich mal hier lang. Schwimme ich mal wieder in den anderen Raum. Ist auch ein bisschen unheimlich. Wenn sie schon so komisch keucht, dann will ich schon immer Luft holen. Und das dauert jetzt auch immer länger. Oh, hier war ich doch gerade eben schon. Also doch eher wieder hier rüber. Okay. Die Plattform da oben fehlt mir jetzt wieder. Oh Mann, wie komme ich da denn jetzt hin? Kann sie da hochspringen? Nein, da ist irgendein Fisch. Scheiße. Da war... Ach, da sind die ganzen Fische unter mir. Okay. Aber da, wo die Fische sind, da muss ich bestimmt auch hin. Stirb. Da kommen sie alle. Ja, geh runter, geh runter, geh runter. Sehe ich die nicht. Die sind schon mal weg. Okay, komm her. Und noch einer. Und noch einer. Ich seh dich doch. Wenn die frontal auf mich zukommen, ist es eigentlich am einfachsten sogar. Da hier unten immer nichts war, würde ich fast sagen, nochmal durch die Luke schwimmen. Aber... Aber ich könnte doch... Ich muss eigentlich nur hier oben raufkommen. Kann sie da nicht hinspringen? Mann. Dann schwimmen wir nochmal hier so rum. Komme ich hier irgendwie weiter? Ne, nicht so richtig, ne? Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle einfach mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part unter Wasser und ich glaube, dann kriegen wir es auch hin. Eigentlich fehlt mir, glaube ich, nur noch eine Station und dann habe ich es. Aber das würde sonst jetzt zu lang werden. Also, bis zum nächsten Mal bei American Alice. Tschüss.